Zwei werden nicht reichen, aber egal Ich hab ein schreimiges Geräusch gehört Boah, Alter Ey Deine Räume sind zu schwach Deine Brust ist flach Oh mein Gott, Mike, hi Oh mein Gott Big Boss Guck dir deinen Hut an Warum bist du so braun? Mike, wir müssen gleich einfach zusammen Mike, wir müssen gleich einfach zusammen Vier nicht willkommen hier sehen Es ist so komisch, dass das so Braun Ey, Nosferatu Ja, ich bin Nosferatu Das ist glaube ich gegen den Birthday Suit Das ist der Birthday Suit Heißt er so? Weiß es nicht Ich frag mich bis heute, wie man das geschafft hat, Boss zu werden Wir starten jetzt, okay Ey unfassbar, dass ich schon über 40 Stunden in dem Spiel habe Das ist für mich viel Wir starten jetzt, okay Was machen wir überhaupt? Was ist unser Ziel? Was sind die neuen Updates? Warte ich mal kurz gucken Was gibt's denn Pass auf an der Landbühne Ah Alter, wenn er nicht rein Dicker, Bro Oh mein Gott Hallo Danny, guck mal kurz Bitte guck mal kurz, bitte Okay, danke Ich guck schon, renn schnell, renn schnell Ich guck schon Ich guck schon Ich guck schon Danny 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 Ciao Aaaaah Scheiße Aaaaah 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 Jaaaah Er beschützte uns Aaaaah 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 Junge, was ist dein Profilbild? Aaaaah 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 Ingi, kurze Frage Bist du auf die Idee gekommen, vielleicht zum Eingang zu gehen und die ganzen Sachen hinzutragen? Nein Nein, bist du nicht Da war richtig viel Zeug Du Idiot Du Idiot Warum bringt ihr sie denn nicht zum Schiff? Weil wir mehr wollten als das Aaaaah 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 Ich hab voll die Schmerzen, müsst ihr das vorstellen Ich drück immer meinen kleinen Finger auf den Shift Button um zu rennen und genau diesen kleinen Finger Hab ich mal aufgeschrammt und das tut jetzt die ganze Zeit weh Oh Ich komm nach Hause, ich komm zu Besuch Aioh Nächstes Mal soll ich mal die Tür abschließen, was ist wenn da noch ein Einbrecher kommt? Kann man nur so unvorsichtig sein Echt ey, unfassbar Wirklich, also Zumindest mal ein paar Ring-Kameras oder so einbauen, also das gibt's ja nicht Okay Ja, seinen Schlüssel dir verloren hat wahrscheinlich Hä? Ich hab grad gedacht, ich hab grad gedacht, ich hab Danny geschreien, aber wahrscheinlich war das noch nicht so Danny würde niemals schreien, Danny ist so männlich, er würde niemals schreien Ich brauche ein Lebenszeichen Mike, der Hoki-Torki war zuerst für ein Video, wo bist du? Ich leuchte wie eine Kerze Du bist ja raus, ich bin raus da Ah, danke Wenn du hier auf der Ebene jetzt nach vorne gehst, dann hast du einen Raum mit drei Schätzen Vier Schätzen Hier sind fünf Schätze, ich zähl doch auch dazu Hehehe Hehehe Danny, du zählst auch dazu, also können wir dich auch gleich verkaufen Pass aber auf, wie eine Schlammpfütze Wie hast du mich grad geahnt? Schlammpfütze Wasser Das merke ich mir Ich bin nicht besser Mir gefällt dein Ton nicht Mir gefällt mein Ton aber Hehehe Nein Gleich erweckt das zum Leben Brrr Mike, bist du noch da? Nein, ich bin nicht mehr da Ich bin gestorben, Inge, es tut mir leid Jetzt musst du im Okitalki sagen Ah, ok Geh mal wieder zurück, bitte Ah, ihr Schlammpf! Ihr Schlammpf! Sorry, ich habe eine Aggressionsprobleme Wo kommt Danny jetzt her? Wir wünschen eine frohe Weihnacht 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 Weihnacht Und vor allem Happy Birthday Happy Birthday Juffie! Yeah! Ja! 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 Was hast du gefunden? Ja! Ja! Boah, ich hatte das Ich hab diesen Schiss schon seit 5 Jahren Meine Hose, du willst gar nicht wissen, wie meine Unterhose aussieht Sorry, ihr Exit Der brennt so Kannst du aufhören zu lenken, dann verstehe ich dich auch Nein Mike, was hast du mit dem gemacht? Völlig war das nicht Das war der Breaking Der hat den gebraucht, Mann Mit dem Breakdance Mal gucken, wir haben endlich Toilettenpapier Du weißt gar nicht, wie braun meine Unterhosen schon sind Ich brauchte das dringend Ja, einfach wirklich So, oh wie süß Der Great, really quite soft Alter, lower resolution geht gar nicht Warte, warte Lass mich bitte kurz alleine, okay? Okay Lass mich bitte kurz Welche Taste war das dabei? Welche, welche Da, okay Okay, lass mich bitte kurz alleine, ja? Ich bin, ich lasse dich alleine Zwei werden nicht reichen, aber egal Oh, ich hatte diesen Schiss schon so lange in mir drin Hingi, ich brauch Hilfe Hingi, gib mal deine Hand Nein Hingi, komm bitte Hingi 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 Oh nein Was war das? Hallo, bitte nicht zu stören Sie stinken richtig Hey 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 Wieso müssen wir alles immer wieder neu scannen? Das ist voll nervig Du hast mich gerade umgewacht An die Arbeit Okay Ich spring jetzt, ich springe, ich springe Ich tue es Ich bin besser geworden, ja Ich will ja sagen, nein, oder? Warte hier, ich komm mit dem Flashlight, ja? Nein, ich schaff das, ich schaff das schon, ich schaff das schon Ich hol jetzt den Flashlight Ich bin ein Praa Ich hab ein schreimiges Geräusch gehört Boah, Alter Alles okay Denk dran, Danny Nimm keine Blumen von einem Fremden an Ciao Riese draußen, Riese draußen Willst du gucken, ob die Items du bekommst? Ich renne nochmal zurück Aber Okay Wenn ich mich ganz schnell im Kreis drehe Teleportiere mich Okay Ich wurde angegriffen von diesen Käfern Von diesen Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, deswegen Okay Mike Soll ich nochmal rennen? Hm Ja, das geht leider nicht. Außer er findet den Main-Excel, aber das wird dann nicht. Oh, der Bop! Oh, hey! Das abfauen, das lohnt sich nicht. Ich hab noch eine Minute oder so. Das ist vorbei. Das ist aber abfauen. Wer ist denn da betrunkener worden, ne? Ja, auf der Arbeit. Nicht mal den Hut aufgezogen, ey! Ich dachte, wir machen hier ne Party und keine Schlafzeit. Gleich ist er ja das Geburtstagskind und deshalb braucht er keinen zu reden. Was? Ja? Guck dich mal an, Lieder! Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anzuhören. Geh mich an, Turden! Oh, Mann! Geh weg vom Computer! Ich will auch! Manns hätte zwei Tonnen und die Xbox! Halt's Maul! Ich komme mir jetzt den Crews an, ich weiß es geht. Du bist gleich da. Hast du mit Prime versendet lassen, oder? Das geht? Oh, danke für den Flashlight! Oh, danke für den Flashlight! Deine Flashlight! Meine! Oh, zwei Walkie-Tongs für mich? Oh, mir doch egal! Hä? Digger Gefährle! Hey! Ich verschwende jetzt! Ich verschwende jetzt! Ich verschwende jetzt! Hey! Ja, okay! Hey! Sag danke! Ich hab getauscht! Dann taugen wir zurück! Ich werd jetzt endlich... Ich geb dir gleich nen feuchten Dreck! Digger! Halt Digger! Halt Digger! Halt Digger! Oh no! Oh, nicht da runterfallen! Ich will ja nur gucken! Ich will ja nur... Ich hol den Raufzug! Ich hol den Raufzug! Und dann kommt der Runterzug! Da ist... Da ist... Ein... Ein Kussknacker! Ach du... Die können dich... Die können nur Bewegung sehen! Was muss ich bei dem machen? Stehen bleiben! Könnt der mich? Weiß ich nicht! Hey! Braucht ich ne Waffe nach? Was? Da geht da nur, Mann! Komm her! 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 Oh ho ho! Den ist tot! Gut, dass ich kein Mechand... Geschoss keyboard habe! Ah! Ich hab mich vorgeschockt vor dem! Was? Brauch, hör mal ab! Brauch, hör mal ab! Da ist er gefallen, oh mein Gott. Ist okay, als Max gespielt haben wir auch. Kann das eigentlich sein, es gibt so viele verschiedene Username und dein Username ist wie ein Spiegel in deiner Seele und du nennst dich dein Popo. Ja. Ich glaube, er möchte uns was damit sagen. Ich glaube, das sagt ziemlich viel aus eigentlich über mich. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Ja, ja, ja. Ich muss kurz um. Ja, warte, warte, kurz gucken. Ja, ja. Ach, Simon, ist so tief, okay, sorry. Ich spüre ein bisschen ne. Ich spüre ein bisschen ne. Ja? Bisschen ne. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Du weißt, dass da gar keiner am Schiff ist. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Das ist gut, ja. Ich spüre jetzt mit Hamburger. So, ich hatte Hunger. Den lass uns gehen. Du magst doch nicht mal Hamburger. So, ich hatte keinen Hunger. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, ey. Ey, Gewahnausbauung. Nein, nein, nein. Da ist ein Alter. Hinter mir, direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Hält die Fresse. Falsch, falsch, falsch. Na rechts, rechts, rechts. Ja, ja, ja. Nein, es hat vorbei. Ja, genau da, genau in da. Ja, da hinten, ey. Ja, da hinten. Ja, nein. Das ist ein Alter. Das könnt ihr euch schnappen. Loll. Schau mal. So ein riesiges Control Pad, wie cool. Oh, das ist aber, das ist aber ein Groß-Item. Was ist denn? Was ist Mehrwert? Das ist Mehrwert, das nehm ich mit. Ja, was ist denn Mehrwert? Toilettenpapier, nimm das Toilettenpapier. Das Toilettenpapier ist Mehrwert. Kann man nach weiter nichts sehen. Wenn du jetzt gerade raus gehst, dann liegt der noch ein. Oh mein Gott, Junge. Nehm, nehm lieber das mit. Nehm lieber das mit. Das ist doch ein Big Bowl, fülle ich mit. Das ist jetzt natürlich super optimal. Was ist doch nicht heute sowas getan? Komm mal, hier runter gehts noch. Das war, ey, das war Inki. Wie leid? Inki is übrigens tot. Cool, Inki is tot. Aber das ist mir komplett illegal. Äh. Also geh wieder raus. Er rennt einfach durch die Wand, hast du gesehen. Ja. Ich tippe mich ein bisschen schneller. Schnell. Will das ich? Ja. Ich hab 5 Dollar Value, okay? Warte. Inki, du musst den Boss jetzt übermitteln, was die schlechten Nachrichten sind, ja? Du musst das jetzt machen. Ich will auch holen. Also vier Screws in deiner Reihe, Junge. Geil. Dann müssen wir alle Schätze sammeln, Inki. Wir machen 100%. Ja komm, alles, alles, wirklich alles. Ich kann immer auch das Schild nicht rausnehmen, das ist doch verbuggt. Ich verkaufe alles. Ich verkaufe alles. Ich kaufe mehr. Nein. Bei mir ist da ein Schild. Auch wenn ich rechtsklick mache. Schild auf Topsteil. 47 Berge, das ist voll geil. Das ist voll viel wert. Damit könnten wir gewinnen. Wenn ihr es gehört. Ja 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 ja. Lass ihn einfach kurz anzitrobieren, Mike. M-m-m-m-m. Ich darf nicht. Mike von hier aus. Mike Mike Mike. Hast du es geschafft? Ja wir haben gewonnen, ne wir haben es. Wir haben es. Wir hätten es so oder so geschafft. Aber egal. Das war weh, was, was war ich. Weh. Is it an. Ich kaufe jetzt den Cruiser. Ich kaufe jetzt den Cruiser. Ich kaufe jetzt den Cruiser. Die können nichts machen. Du hast was gelernt, dann hol den Ingers. Wo ist Danny? Danny? Hab ich das gerade richtig gehört? Was denn? Du willst einen Kürbis kaufen? Der ist ja ausgeschoppt im Truh. Wir haben ihn ja umgebracht. Das geht doch noch. Denk mal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Danny, Danny, der Kürbis ist ausgestopft. Ja, erzähl dir das ruhig. Der lebt immer noch. Der will dich trotzdem. Kurze Ende. Sei leise. Hast du den Cruiser geholt? Wenn du den Cruiser geholt hast, dann weiß ich. Jo, Mann. Ey, ich bin so cool. Jo, Mann. Ja. Ich will das haben, ich will das haben. Ich bin Beufeld aus FNF. Ich bin Beufeld aus FNF. Nein, du meinst girlfriend. Ich wills haben. Ich wills haben. Ich wills haben. Ich wills haben. Ich. 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 Oh. 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 Ich komm von links. Ich komm von rechts. Ich komm von überall. Überall, ja. Ich komm von links und von rechts. Ich bin überall, ja. Ja, ey. 3, 2, 1, go. Warte. Iggy, mach einen Rapper mit. 3, 2, 1, go. Mach einen anderen Beat an, das ist ja Schmutz. 3, 2, 1, go. Ey. Oh. Yeah. Deine Rammel sind zu schwach. Deine Brust ist flach. Ah. Der hat CVs hinter dir. Yay. Du, du. Du, du. Du, du. Du, du. Du, 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 du. Du gehörst in dein Bienenglas. Das sagt nur ich. Spaß. Wollen wir, wollen wir vielleicht. Warte, wenn wir Popo wiederbeleben, dann haben wir, haben wir ein Pupikum. Warte, dann haben wir ein Pupikum. Warte, dann haben wir ein Pupikum. Warte, ich will das ja da mitmachen. Dann haben wir ein Pupikum. Einfach das Mini-Rap-Battle, Bro. Was, was ist das? Malik, da stellst du bitte rein, ja? Was denn? Das ist Tomodachi-Live, das ist das Mini-Rap-Battle. Ey, Ingi, Ingi, Ingi. Du musst so Tomodachi-Live aufnehmen. Mit meinem Mi und deinem Mi. Und dann enden wir das so rein. Das ist aber random. Plus zwei, wow. Okay, du bist, du bist unser Publikum. Du musst immer Yay rufen, wenn jemand krass von uns ist. Okay, Ingi. Mach den Beat an. Yo, wirf den Beat an. Wir haben Runde 1 vielleicht verloren. Aber du fängst diesmal an. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Digga hat was? Oh! Yeah! Go! Ich will dich raus! Go! Du bist nur ne Maus! Yeah! Red kein Schmaus! Du Klaus! Du Klaus! Puh! 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 Ich bin auch kein Klaus! Hm? Du frühstückst Maus! Die fällt auch nix ein! Du Schwein! Digga! Entspann dich! Oh mein Gott! NIE! Was ist denn? Das! Das auf das! So! Das war wack! Das zählen wir nicht! Das war wack! Digga! Okay! Ähm! Ähm! Me too! Let's go! Geh! 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 Oh! Yeah! Oh! Yeah! Ich hab fette Lines! Und du hast keins! Geh! Geh! Dafür hab ich Masse Damis! Von 1 und 1! Geh! Oh! Geh! Ja! Oh! Äh! Warte ich muss mir was ausdenken! Du wirst nicht mehr ein! Lass uns weitermachen! Ich! Warte! Warte! Ich hab noch was! Lass mir guck! Lass mir guck! Okay! 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 In deinem Arsch! Steckt ne Banane! Ja! Pulet BroJA! Pulet BroJA! Ey, er hat nicht gekontert! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Er hat nicht gekontert! Wow! Das sind die Regeln! Pulet BroJA! Das verloren Ingi! Wie fühlt sich das an? ёäää? Du wurdest bedient! zu dem Menos Theory nie wieder! Du bist ja jetzt rein, ohne walkie talkie Okay Haben wir Glück gespielt für heute Hä? Die Partenie ist jetzt over Die Partenie ist jetzt over